So, wir sind jetzt gerade in Groningen angekommen, hier in Niederlande, wie das heißt. Hier werden wir jetzt rumlaufen und später versuchen wir zu fennen. Ach, nie einfach so hinkeuzen. Leute, obwohl ich schon 30 Jahre alt bin, habe ich in meinem gesamten Leben noch nie in einem Campingplatz gepennt. Und das hier, das war die erste Nacht gewesen in einem Campingplatz. Und das ist kein deutscher Campingplatz, sondern ein niederländischer Campingplatz. Guten Morgen, Gomo. Wir sind gerade dabei, Koffein in uns rein zu machen. Und wir gelaufen jetzt nach Richtung Nordsee, um dort den Kopf rein zu tunken. Guck mal, das hier, das ist eine niederländische Brücke. Da laufen wir ja gerade unten drunter durch. Guck mal, guck mal hier her. Guck mal. Wir fahren gerade Zug, das ist richtig keiner Zug. Da muss man nicht mal diesen Lappen vor ihr Gesicht ziehen. Wir sind in Emshafen angekommen. Und guck mal, guck mal hier. Guck mal, ich möchte euch was zeigen. Wir sind hier an der Nordsee, weil da hier ist ganz viel dieses Wasser oder wie das heißt. Deswegen gelaufen wir hier rum. Leute, ihr müsst auch unbedingt hier in dieser Nordsee rum fahren. Es ist richtig geil hier. Und wisst ihr auch warum? Weil man genau das hier machen kann. Und das Wasser ist richtig salzig. Das schmeckt richtig scheiße. Deswegen macht man das hier. Guck mal, guckt euch mal an, wie viele Muscheln das hier sind. Guck mal, hier hat noch mehr so viel davon gefunden. Hier sind ganz viele davon. Schlaf doch ein bisschen. Guck mal, ich war da hier die ganze Zeit hier ausgeraut. Der klaut hier die ganze Zeit bei den Fräsen und sowas. Guck mal, das sind richtige Niederlande da oben. Ich hab noch nie eine Taube gestreichelt. Jetzt wird es überwürdig. Das ist das Hedschirmfleisch-Farbestadt. Die machen soll das. Das ist immer selber und gibt uns die erste Taube. Guckt euch mal diese ganzen Niederlandegewässer hier an. Wie das hier rumsteht, dieses grüne Zeug. Das wächst hier drauf auf diesem Scheißwasser. Das wächst hier so richtig drauf. Guckt euch mal diese hessischen Gestalten hier vorne an. Die sind gerade da dabei. Hier auf diesem niederländischen Wasser hier zu schwimmen. Ich bin eine richtige Verranzung, die durchs Niederlande durchläuft. Ich bin eine richtige Verranztheit. Jetzt geht es in Richtung da, wo wir pennen. Guten Morgen, wir sind auferstanden, der neue Tag beginnt. Und wir befinden uns immer noch in der Niederlande. Jetzt wird Koffein gesoffen. Das wird jetzt richtig gebraten. Urinfarbige Fräsen. Fräsen ist fertig. Guckt mal hier in den Niederlanden. Das regnet hier die ganze Zeit. Der Regen muss weg. Der muss weg von hier. Der Regen muss weg. Der Regen muss weg. Der muss abhauen. Der muss hier verschwinden. Der muss richtig weg. Der Regen muss weg. Der Regen muss weg. Und ich habe mir hier einen Sechser-Träger von diesem Bier hier geholt. Und das hat mir 15 Euro gekostet. Dieser Sechser-Träger. Und dieser Bier, der schmeckt auch noch richtig scheiße. Als ob das irgendwie so zerpanscht wurde. So richtig billig und sowas. Den trinke ich gerade. Das ist Niederlande Bier. Jetzt wird gleich Brennnessel-Tee gekocht. Die Brennnessel sind reingeworfen. Jetzt werden die gekocht. So, ich werde jetzt zum ersten Mal in meinem ganzen Leben Brennnessel-Tee pur trinken. Gib Bruss. Ist geil trinkbar. Wir sind gerade dabei. durch dieses Niederlande durchzulaufen. Das hier. Das ist ein niederländischer Schießburger. Von Burger King. Den werde ich jetzt fressen. Aber so richtig. Das schmeckt genauso wie dieser deutsche Schießburger. So, wir laufen jetzt in dieses Katzenkaffee rein. Um dort da drin mit den ganzen Katzen Kaffee zu saugen. Guck mal, wir sind jetzt gerade hier in so einem Katzenkaffee drin. Wo hier diese ganzen Tiere, diese Katzen wohl wieder heißen. Und wir haben uns die ganze Zeit nerven und sowas. Guckt euch mal an, wie die sich bewegen und so. Die belästigen uns. Wir laufen erst durch diese niederländischen Straßen oder wie das heißt. Hier durch diese Gebäude und sowas. Das ist Niederlande oder wie das heißt. Guckt mal, guckt euch immer diesen stabilen Mann hier an. Das ist ein niederländischer Mann. Der steht hier die ganze Zeit rum. Der steht und steht. Auch beim miesesten Wetter steht hier auch rum. Das ist ein richtiger Held. Guckt euch mal diese ganzen niederländischen Boote hier vorne an. Die auf diesem niederländischen künstlichen Fluss hier rumschwimmen. Und das hier, das ist eine niederländische Ampel, die hier so rum, hier so gewachsen ist. Der kann leuchten oder so. Das schwöre ich euch. Das sind hier ganz viele richtig geile Fahrräder. Die sind richtig geil. Und genau da oben, da ist sogar eine Uhr dran. Eine niederländische Uhr. Das sind richtige niederländische Schilder. Guckt euch mal diese ganze Statue hier vorne an. Das wurde hier extra hingestellt. Ich war in einer richtig vertieften Bazille. Ich möchte euch alle in die Augen angucken. Guckt euch mal dieses niederländische Licht hier vorne an. Das müsst ihr euch alle geben. Langsam wird immer mehr dunkle. Ein neuer Tag ist angebrochen hier in Niederlande. Guckt mal. Hier sind niederländische Geräusche. Hier passiert gleich etwas. Guckt euch mal diese niederländischen Straßen hier an, die sich da fortpflanzen. Guckt mal, das hier ist ein niederländischer urinfarbiger Stahl, der irgendwie hier runtergeklappt wird. Guckt euch mal diese niederländischen Fahrzeuge hier an, die hier auf diesem Wasser hier rumschwimmen. Und guckt euch mal an, hier fährt noch ein niederländischer Fahrzeug durch dieses Wasser durch. Das schwimmt hier rum. Und da drüben, da schwimmt auch ein niederländischer Fahrzeug rum. Hier unter dieser Brücke, was aufgehobelt wurde, von diesem urinfarbigen Stahl. Da fährt die drunter durch. Guckt mal, dieses niederländische Stahl, das bewegt sich schon wieder runter. Hier, hört euch mal diese ganzen niederländischen Geräusche hier an. Das sind niederländische Sirenengeräusche, oder wie die heißen. Das ist richtig geil. Die hören sich anders an. Die hören sich irgendwie so künstlich an oder sowas. Aber die sind vorhanden. Die laufen hier. Guckt mal, mein verranster Bus kommt hier an. Ich werde jetzt hier einsteigen. Das ist der falsche Niederländische Sirenengeräusche.